Jo Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute hoffentlich das letzte Mal erstmal auf dem Handy, weil ich jetzt heute wieder nach Hause fahre und dann wieder ganz normal das Video aufnehmen kann. Ihr hört noch, ich bin ein bisschen erkältet, meine Stimme ist noch ein bisschen weg, aber es geht mir schon besser. Deswegen kommen wir direkt jetzt zum heutigen Fortnite-Shop, wo es nämlich endlich, endlich diesen richtig geilen Skin gibt, den Effin-Skin. Er wurde schon vor einer Weile geleakt und ich hatte gelesen, dass der eigentlich ja nur für Rettet die Welt sein soll. Und jetzt ist er aber endlich doch für Fortnite-Better-Royale rausgekommen, was mich sehr freut, weil ich finde diesen Skin richtig, richtig cool. Es ist einfach so eine Sockenpuppe, ja so eine Sockenpuppe, aber als Äffchen. Und ich finde, das sieht echt cute aus und es schaut mal ganz anders aus als jede andere Fortnite-Skin. Sorry. Und das feiere ich einfach, dass der Skin mal so ein bisschen, ja einfach ein bisschen raussticht. Dazu gibt es auch noch ein Backpack und zwar eine kleine Banane. Ist keine Pili-Banane, aber trotzdem, ja eine ganz coole, kleine Banane. Finde ich, ist ein cooler Backpack. Also den werde ich mir hier mal safe holen. Und ich werde ihn nochmal natürlich verschenken. Das heißt, unter den Kommentaren, unter allen Kommentaren, die heute was schreiben, am besten euren Epic Games-Namen dazu schreiben. Da verschenke ich diesen Skin hier. Also einfach mal euren Epic Games-Namen in die Kommentare schreiben. Und dazu gibt es dann heute auch wieder die freche Wurst. Die freche Wurst für 1200 V-Bags, wo es ja dann sogar so ein Trail, so ein Hotdog-Trail dazu gibt. Auch wirklich ganz cool. Dann mal wieder nach langer Zeit den Rabenskin für 2000 V-Bags. Dann die Verwüstung, die auch ein Trail dabei hat. Diesen hier. Und diesen Backpack. Diesen Backpack dazu. Aber meine Stimme ist noch so fertig, Leute. Dann der eiserne Schnabel. Genau, und den Gleiter wie immer. Da, der gefiederte Flieger für 800 V-Bags. So, kommen wir schon zur rechten Seite, weil meine Stimme hält echt nicht so lange durch. Länger als 3-4 Minuten kann ich immer nicht reden. Auf der rechten Seite haben wir dann erstmal die Traumblume. So ein Hippie-Skin, aber bereue ich eher den gekauft zu haben. Habe ich ganz selten nur gespielt. Dann die Rächerin. Hier finde ich schaut ein bisschen cooler aus, aber der Backpack, der ist finde ich ein bisschen lame. Außerdem dann die Jubelstimmung für 200 V-Bags. Die finde ich ganz cool. Die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Sternstab, der so eine coole Animation hat. So ein Leuchteffekt, der gefällt mir. Dann die Luftgitarre. Genau, für 800 V-Bags. Warum auch immer das Luftgitarre heißt? Weil Luftgitarre heißt ja eigentlich, dass man ohne Gitarre nur in der Luft rumspielt, wenn ihr wisst, was ich meine. Naja, und dann noch die Pirouette für 200 V-Bags. Joa, finde ich jetzt nicht ganz so stark. Joa, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ich mache jetzt das Video schon aus, damit ich meine Stimme schonen kann. Ich mache mir noch einen Tee und gehe dann ins Bett. Ey, meine Stimme, es tut mir leid, aber es wird wieder besser. Danke für die ganzen gute Besserungswünsche. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich ja morgen wieder. Falls ihr den Kanal hier abonniert habt, wenn nicht, dann lasst gerne jetzt schnell ein Abo da. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, wo wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.